Sven hat seinen Teil dazu beigetragen. Das wird nie anders sein im Fußball, vor allem nicht in der Champions League auf dem allerhöchsten Niveau, dass du individuelle Qualität brauchst neben der Teamleistung. Und da gehört natürlich unser Torwart Sven mit dazu, der am Ende noch einen sensationell rausgeholt hat. Das kann immer passieren in dem Moment, wenn der Gegner nichts mehr zu verlieren hat, alles nach vorne wirft. Ich glaube, es war von Schupo sogar beinahe ein Eigentor. Das ist jetzt natürlich, das ist absolut top, aber wie gesagt, es gehört dazu.